Minecraft Hand mit sieben Zuschauern in NSW, also 8x1, hier kommt Orienler von allen Seiten, okay? Okay, da! Den haben wir! Den haben wir auch! Diese Runde, 7 Richtiger vs. 7 Hunter, easy gewonnen! Jooo! Freunde! Auf jeden Fall damit ein herzliches Kommen zu einem neuen Video! Auf jeden Fall seht ihr noch einen Titel! Heute machen wir die dümmsten Minecraft Video Ideen! Wie mir je vorgeschlagen wurde! Es gibt wie gesagt hier einen Channel, wo ihr halt dann Ideen reinschreiben könnt auf Discord Und Veto hat das geschrieben, sucht hier aus den ganzen Ideen einfach die dümmsten aus und dann mach ne scheiß Video draus. Also Veto hat das ganze auch schon mal selber gemacht, also er hat da so halt so richtig krass Ideen gehabt. Und ich hab mir gedacht, weil er es geschrieben hat, mach ich das echt mal und dann nehmen wir mal die lowsten Ideen aus dem ganzen Discord hier und mach den ganzen mal. Ja, Skyros aber du darfst nur Water fighten. Okay, ich würde sagen, nach der Schutze müssen wir in einem Water sein und ansonsten, ja wie gesagt, alle Credits gehen raus an Veto, also an Norman und dann würde ich sagen, ab jetzt muss ich im Water sein. Let's go. Ey. Ähm. Ah, das ist cool in Waterkite. Mein Hitze. Ich bin gar nicht im Waterkater von mir auf. Egal, schau nicht raus. Wuuu. Wir haben die Runde geworden. Easy. Let's go, Freunde. Ähm. Ähm. Bei jedem Kill einmal auf die nächste Super Secret Settings schalten. Okay. Machen wir's doch nicht. Ähm. Skywars mit Fallen gewinnen. Okay, das kann was werden. Okay. Ähm. Wir müssen jetzt irgendwie eine richtig krasse Falle machen anscheinend. Wir machen einfach jetzt. Ey. Scheiß drauf, Digga. Reingefallen, oder? Ist sie gut? Pfff. Pfff. Haha. Ich wollte die Leiter springen. Oh nein. Das war eine Falle. Lol, er ist reingefallen. Oh mein Gott. Nein, er will genau in die falsche Richtung. Corona Skywars. Zwei Blöcke Abstand. Du bekommst du Vergiftung. Plus Skin mit MN... Was? Egal, wir spielen einfach Skywars mit zwei Blöcke Abstand zu jedem Gegner. Okay. Deswegen brauchen wir unbedingt die ganze Schneebölle. Ohne Schneebölle sind wir tot. Mund... Ah. MNS. Mund-Nase... Mund-Nasen-Schutz. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt die bessere Map ausgewählt für diese Challenge. Geht das überhaupt? Zwei Blöcke Abstand halten? Ich könnte den ganzen drei Arrange-Shits geben. Ja, es sind zwei Blöcke. Es sind zwei Blöcke. Es sind zwei Blöcke. Mit Abstand sogar. Ja. Nice, man. Ähm. Chat. Ähm. Können wir gut über... Können wir gut über... Was ist das? Oh mein Gott. Er schämt dich nicht. Ähm. Was ist denn mit dir, Junge? Hast du gerade eine Runde hintergardiert oder was ist mit dir? Egal. Wirklich. Easy. El. War zwei Blöcke Abstand. War zwei Blöcke Abstand. Tut mir leid. Versucht doch mal den Kill-Rekord. 18 Kills von Space in einer öffentlichen Runde zu schlagen. Den ersten haben wir. Der Zweite auch. Warum machen die nichts? Das kann echt der Traum werden. Lol. Lol. Hä? Warum sind so viele Gegner die nichts machen? Das ist so krank. Der Mabo auch tut. Easy. Wir machen einfach kurz. 23. Wow. Ich zischere alles und jeden. Oh mein Gott. Das ist der letzte. Was? 27 Kills. Oder hier Space. Knack den Rekord, Junge. Space, trau dich und knack den Rekord. Tastatur um 180 Grad drehen. Aua. Ah, mein Ellbogen. Ah. 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 Sky Wars nur mit einer Hand gewinnen. Hä? Das ist ein Zufall. Ich hab aber nur eine Hand. Let's go. Äh. Ich hab doch zwei Hände. Okay. Wir haben ja wie gesagt nur eine Hand, ne? Bye. 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 Minecraft Hunt vs. Sieben Zuschauer machen. Sie kommen original von allen Seiten. Okay. Okay, da. Den haben wir. Den haben wir auch. Wow! Nein! Outplayed. Einfach outplayed. Einfach genommen habe ich ihn. Okay, Luca. Und du kommst jetzt zu mir, Luca? Und du springst einfach mit mir vorbei. Spring einfach mit mir vorbei. Okay, 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 okay. Ah! Ja, easy Runde. Sieben Wichtiger vs. Sieben Hunter. Easy gewonnen. Krankwann. Easy. Let's go. Slow. Skywars, aber du darfst nur auf einer bestimmten Höhe sein. Zum Beispiel nur Höhe 120 oder so. Ja, machen wir. Let's go. Bald haben wir kurz immer gesagt. Bei 3000 Likes auf dem Wichtiger vs. 5 Hunter Video. Wenn wir da drauf 3000 Likes schaffen, dann, ähm, ähm, äh, mache ich einen zweiten Teil davon. Deswegen, checkt den, checkt das Video gerne mal ab, falls ihr es vergessen habt. Und ansonsten, müssen wir jetzt auf Höhe 100. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Nach der Schutzzeit dürfen wir nur noch auf Höhe 150 sein. Äh, ich meine, wenn ich wieder atme hab jetzt. Ha, scheiße, nein. Ja, okay, wir gehen auf 147. 147 geben wir. Lol. Okay, wir warten aber jetzt auf der Höhe, okay? Wir bleiben aber jetzt auf der Höhe. Äh. Habe ich 140 gesagt? Ich meine, 40. Lol, hab ich echt 140? Ich meine, 40 und 140. Ich idiote. Ach, komm. Okay, ich gebe es direkt wieder an Weecher, damit unser Stress wird, anscheinend. Okay, und zwar sind wir jetzt wahrscheinlich auf seiner Höhe jetzt, oder? Bist du ein... Oh, ein 40, ein 40. Oh mein Gott, wir sind lucky. Was? Oh mein Gott, das war ein kranker Play. Das war ein richtig sicker Play. Wir gehen dann wahrscheinlich nicht gehen. Das geht halt. Was? Let's gooo! Oh mein Gott, wie lucky. Ey, wir haben ihn. Höhe 140. Was? Als ob wir genau auf 140 gelandet sind. Niemals sind wir genau auf 140 gelandet. Niemals. Ja, auf jeden Fall war's mit dem Video. Das war heute mal wieder ein etwas anderes Video. Also heute mal wieder ein kleines Video mit Spaß. Ansonsten, lasst gerne einen Like da, falls ihr sowas öfter sehen wollt. Und ansonsten streamen wir momentan jeden Tag auf Twitch. Ähm, Twitch.com war das nicht wichtiger. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder im Stream heute. Bis dann und bis dann, Leute. Bye, bye! Bye! Bis zum nächsten Mal.